Tag 1 nach der FED bzw. nach dem jüngsten Zinsschritt, den wir jetzt wieder hatten oder wieder ist gut, den wir jetzt hatten, nämlich 25 Basispunkte auf 0,5. Das ist alles nicht wirklich eine Überraschung gewesen. Entscheidender ist eher so, wie das Statement aufgenommen wird. Und ihr wisst, ich bin nicht derjenige, der jetzt jedes Wort auf die Goldwaage legt und sagt, damit meinen die bestimmt das. Und das führt zu dieser oder jenen Geschichte. Das entzieht sich im Zweifelsfall meiner Kenntnis. Ich gucke darauf, wie die Marktteilnehmer das auffassen, denn letztlich sind die ja auch diejenigen, die den Preis nachher dann für die aktuelle Situation zur Verfügung stellen. Und deshalb ist das für mich eine wichtige Information. Am liebsten habe ich im Moment sogar den Kurs von der Nasdaq, denn der ist, wir sehen das hier im 4-Stunden-Chart, so schön nach oben gegangen. Hier der Future auf den Nasdaq 100. Das ist ein so schöner Anstieg, den wir hier haben. Man kann sich noch so ein bisschen mokieren, wie ist das hier intern, wie sieht das hier aktuell aus. Wir hatten hier einen starken Rücksetzer. Auf der anderen Seite, ich mache das nochmal groß hier im 5-Minuten-Chart, hier war der Tiefpunkt. Auf der anderen Seite lässt sich das ja eigentlich nicht so richtig korrektiv im Moment erklären. Und ich gehe nochmal einmal raus, bevor ich mir dieses Bild mit euch gleich nochmal angucke. Wenn jetzt tatsächlich irgendwann mal dieser Rücksetzer kommt, den hatte ich euch gestern schon mal versucht zu verkaufen. Da ist der Kurs allerdings noch weiter gestiegen. Und genau das Gleiche ist jetzt wieder. Also die Idee ist genau die, exakt die gleiche. Dieses Muster ist ausgeblieben und dementsprechend ist es noch anstehend. Jetzt gehen wir doch wieder auf den 5-Minuten-Chart. Wieso ist das ausgeblieben? Hat er doch gesagt. Dreiwellig. Jawohl, es ist dreiwellig. Und jawohl, es ist anschließend weiter nach oben gegangen. So weit alles so typisch wie sonst auch immer. Aber das ist wohl aufgrund dieser Kleinheit dieser Bewegung, insbesondere auf der Zeit, nicht wirklich die vollständige Korrektur dieser Bewegung. Ich mag völlig falsch liegen, aber es wäre nicht das typische Bild, dass eine so schmale, eine so kleine Korrektur jetzt dafür als vollständige Korrektur eben gelten kann. Aber jetzt müssen wir eins beachten. Ich hatte ja angedeutet, wenn er jetzt hier so runter wackelt, sprich A, B, C, wäre cool. Jawohl, dann hätten wir ja diesen starken Anstieg. Den haben wir ja. Dann hätten wir auch die Korrektur. Das fände ich super. Aktuell allerdings, wenn ich mir diesen Markt angucke, ist das eigentlich keine Bewegung, die jetzt ganz klar darauf andeutet, dass er das hier vorhat. Im Gegenteil, man hat den Eindruck, es ist korrektiv, aber in einer Aufwärtsbewegung. Auch hier, das in einer starken Aufwärtsbewegung. Das heißt, man hat eigentlich eher den Eindruck, Mensch, da müsste noch ein bisschen was nach oben gehen, bevor es dann nach unten geht. Ich bin da noch ein wenig unschlüssig. Das Schöne ist, ich muss mich da an dieser Stelle nicht entscheiden, denn für dieses Long-Bild kann ich warten, bis wir diesen Rücksetzer haben. Stichwort, ich messe vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt und warte darauf, dass er ungefähr hier in die Kiste reingeht. Geht ungefähr da, kann ein bisschen höher sein als die rote Linie. Ich habe es jetzt hier mal so halbwegs angedeutet, aber so in diesen Bereichen etwa, solange er da oberhalb irgendwie rum eiert. Klar, kann es auch nach oben gehen, aber reden wir nicht von einer Wiederholung dieser Geschichte. Zumindest mal nicht als vorrangiges Bild. Warum? Wenn das die abgeschlossene erste ist, dann ist es typisch, dass die Rücksetzer da hingehen. Das ist statistisch eben das klassische, das wahrscheinliche Bild. Wir haben häufig über diese Rücksetzer gesprochen. Wie weit gehen hier Rücksetzer nach unten? Idealerweise, wann kippen die Verhältnisse? Ich will das jetzt hier nicht so sehr auf eine akademische Art lösen. Wir wollen jetzt hier in der Praxis bleiben, aber das wäre eigentlich so klassisch, dass der Rücksetzer da bis dahin erfolgt. Das müsste allerdings auch korrektiv erscheinen. Dann hätten wir eine erste, eine zweite und dann eben die Fortsetzungswelle hier. Wenn der Kurs so klein bleibt, ich mache mal hier diese Skizze weg, also nur bis hierhin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das die vollständige Korrektur dieser Bewegung ist, sehr gering. Sie ist nicht null. Der Kurs kann unter Umständen, wir sehen das hier so ein bisschen, auch nur 10% retracen. Und trotzdem ist es die zweite Welle in so einer Bewegung. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt nur diese kleine Fläche hier vorne und nahezu 95%, dass es nicht der Fall ist. Das heißt, dass das hier die vollständige Korrektur dieses Anstiegs ist, ist sehr wenig wahrscheinlich. Und aus dem Grund nicht das, was ich jetzt traden will. Sprich, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, nach diesem kleinen Rücksetzer passiert jetzt dieser Anstieg. Und das ist die erste, zweite und dritte. Es kann natürlich passieren, aber es ist nicht das vorzügliche Bild. Deshalb gehe ich eher davon aus, dass der Rücksetzer, also diesen, den wir hier jetzt sehen, oder hier im Vier-Stunden-Chart in klein, dass der eben noch innerhalb dieser Aufwärtsbewegung irgendwie so ein Zwischending ist, was wir hier mittendrin haben. Wenn der Kurs also nochmal weiter nach oben geht, ja, kann er ja, aber dann mit endlichem Ausmaß, bevor dann irgendwann mal wirklich so ein Rücksetzer hier erscheint. Also dieser Rücksetzer ist quasi das Symbol für diesen Rücksetzer. Damit seht ihr, es ist eigentlich eine tolle Basissituation. Der Teil fehlt allerdings noch. Ja, wie gehe ich jetzt denn als kurzfristig orientierter? Ich weiß, viele sind kurzfristig und sagen, Mensch, Rüdiger, ich will jetzt einfach wissen, soll ich heute Nachmittag kaufen oder verkaufen? Naja, die Entscheidung darf ich euch nicht mal abnehmen und ich kann sie euch auch nicht abnehmen. Aber das, was wir hier sehen, ist eigentlich ein Indiz-Counter-Trend. Das waren die Aufwärtsbewegungen, die wir vorher hatten. Würde mich also eher auf die Long-Seite locken. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass wir im ganz kleinen Bild zwar einen wunderschönen Anstieg hatten, wenn er hier ABC runtergewackelt hätte, wäre ich sowas von gerne Long gegangen. Ja, ja, vielleicht Oberseite des Bereichs. Aber er ist halt nicht so gelaufen, sondern er ist so, dass hat dieses Bild, was ich hier angenommen habe, kaputt gemacht. Die Abwärtsseite ist trotzdem noch etwas mehr korrektiv als diese Anstiegsseite, zumindest deutet sich das an. Insofern, Chancen für nach oben sind nach wie vor geboten. Zumal die Abwärtsbewegung per se mit den dreiwellig hier wackelig überschneiden. Da, hier weiß ich nicht so genau, aber bis dahin dann ja auch wieder dreiwellig. Also Abwärts sieht noch nicht so wirklich gut aus. Ich würde jetzt die Aufwärtsseite bevorzugt sehen. Lediglich, wenn er dann solche Zwischentiefs dann hier reißt, dass man dann sagt, naja gut, dann machen wir das und dann hier nochmal die Fortsetzung. Aber ihr seht schon begrenzte Ziele, weil in der korrektiven Abwärtsbewegung das Ganze. Das heißt, also mein Tenor ist eher nach oben gerichtet. Ich brauche dafür starke Aufwärtsbewegung, schwache Abwärtsbewegung. Die sehen wir hier im Moment nicht. Viele wünschen sich das, aber mache ich trotzdem. Trotzdem machen ist meistens keine gute Empfehlung an den Märkten. Gucken wir mal den Vergleich, was macht ein S&P 500. Da ist das Grobbild gleich, das gehe ich jetzt mit euch nicht nochmal durch hier. Ihr erahnt das, guckt es euch selber sehr gerne auch im Chart an. Ich möchte ja, dass ihr eure eigenen Augen auch schult dafür. Wir sehen, das ist die Stärkere, das ist eine ABC. Ja, hätte ich jetzt aber nicht gehandelt oder haben wir auch nicht gehandelt, weil das hier mir zu ähnlich hoch ist. Dann ist meistens das Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr so toll. Wir sehen aber, dass sowohl auch diese Aufwärtsbewegung, die wir im Moment haben, ja ebenfalls wieder überschneidend ist. Das heißt, der Markt ist korrektiv runter, der Markt ist korrektiv hoch. Was soll mir da sagen? Nicht nur der Rüdiger hat keine Ahnung, hat er sowieso nicht, sondern der Gesamtmarkt weiß noch nicht so richtig, was tun. Das bedeutet, diesen Markt und der Dow Jones, Entschuldigung, den Nasdaq hat mir eben angeguckt, ja ähnlich, die haben keine Entscheidung, da mache ich doch jetzt nicht, ja dann gehe ich jetzt long, denn ich weiß es besser. Kann ja sein, dass ich es besser weiß, aber wenn die anderen es nicht kapieren, ist auch doof. Das heißt, keine Trading-Situation. Auch dieser hier, aktuell keine. Wann wird das wieder eine Trading-Situation? Entweder, wenn das hier kommt, wie wir es hier angedeutet haben. Von mir aus auch, wenn er irgendwo mal was Scharfes macht und dann was wirklich wieder wackelig ist. Das heißt, wenn ich eine gute Unterscheidung habe. Aber hier ist es eigentlich abwärts wackelig oder dreiwellig, wie ihr es auch immer sehen wollt. Das heißt, eher die Long-Seite, wenn er dann nochmal drüber geht, hier über diese Hochmarke, dann eher die Long-Seite. Aber toll finde ich die auch nicht, denn die Long-Seite hat hier begonnen. Das ist der tiefste Punkt nach dieser Korrektur. Und da haben wir die Überschneidung. Das heißt, ich bin nicht motiviert für die Long-Seite. Ich finde sie latent besser. Aber wenn es um echtes Geld geht, finde ich latent nicht ausreichend. Also insofern ist das keine gute Situation. Ihr erahnt es beim Dow Jones, es ist ähnlich. Beim Dow Jones hat man noch so halbwegs die Idee, ich gehe mal auf Minute, nur dass ihr das mal seht. Ihr könnt das auch nochmal runterbrechen. Dass zumindest hier das hintere Ende jetzt eher vielleicht sogar nochmal so ein Zwischenschort erlaubt. Aber richtige Formulierung, ein Zwischenschort. Denn wir sind hier auch in beide Richtungen. Das Bild ist nahezu identisch mit dem, was ich euch eben gezeigt habe. Das sind alles Korrektivmuster. Das heißt, in beide Richtungen jetzt korrektiv. Ich gehe mal davon aus, dass er bald hier zum Ende kommt. Nicht notwendigerweise sofort. Diesen Rücksetzer, den ich hier gezeichnet hatte, der wäre eigentlich ganz klasse, um da nochmal einzusteigen. Ja, und der DAX? Eigentlich ist der DAX auf einer ganz anderen Schiene unterwegs. Passt aber gar nicht so schlecht dazu. Denn auch der DAX ist ja sehr deutlich nach oben gelaufen. So ein bisschen die Struktur, wenn wir den Index angucken, ist noch nicht so 100% klar. Ist das jetzt doch nur eine A, B, C? Allerdings sehr schmal im Verhältnis zu dieser Abwärtsbewegung. Oder soll das vielleicht doch irgendwie was Fünffälliges sein, wo wir da vielleicht noch irgendwo dran sind? Das müsste man nochmal gucken. Achten wir auf das, was hier kommt. Nämlich wackelt es hier runter. So ähnlich, wie wir das eben angesprochen haben. Also insofern wären die beiden Märkte wieder zusammen, nämlich der amerikanische und der europäische oder in dem Fall der deutsche konkret. Dann wäre das hier eine wunderbare Idee, die Fortsetzung nochmal zu handeln. Denn dann ist das deutlich stärker als diese Seite. Im Moment sind das nur Studien. Denn das, was wir hier sehen und das, was sich beim amerikanischen Markt gemacht hat, hängt ja noch davon ab, ob hier diese wackelige Geschichte in die Kiste kommt. Wie war das nochmal in die Kiste? Merkt euch, zeichnet vom tiefsten zum höchsten Punkt. Dann habt ihr die FIBO-Marken. Ich mache es mal einmal größer, das ist jetzt hier auf Tagesbasis. Habt ihr die FIBO-Marken. Und dann wäre zumindest ungefähr 61,8 auf der unter 38,20, wenn es ein bisschen höher ist. Denkt immer dran ABC. Und wenn es nicht ABC sein soll, wackelig geht auch. Aber eben korrektiv, dass man die beiden schön voneinander unterscheiden kann. Je deutlicher die unterscheidbar sind und diese Maße stimmen, desto eher geht das dann auch nochmal in diese Richtung nach oben. Da das hier noch fehlt, wäre jetzt meine Bereitschaft, noch jetzt noch long zu gehen, übersichtlich, höchstens auf einer kleinen Ebene. Und jetzt zu shorten, dafür habe ich hier noch keinen Anlass. Auch beim DAX, Future, das was ich hier sehe, das ist alles noch die gleiche Krempel, was wir angesprochen hatten bei den Amerikanern. Das ist alles noch Korrektivmuster. Also ein bisschen Pause-Modus angesagt. In diesem Sinne, soweit die aktuellen Indizes. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter und zeigt euch auch, dass es nicht immer möglich, doch nicht immer nötig ist, in jeder Situation sofort zu wissen, zack, jetzt mache ich das, das ist das nächste, im Zweifelsfall. Dann halte ich mich da mal vorsichtshalber raus und mache da mal nichts. Und warte, bis die Marktteilnehmer sich eben für diese eine oder andere Richtung da entschieden haben. In diesem Sinne, euch alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.